Was geht ab, Leute? Hier ist Cole. Und das ist ERL. Ich bin auf der ganzen Welt unterwegs, um nur für euch die wildesten Abenteuer zu bestehen. Ihr habt's geguckt, kommentiert und mein nächstes Abenteuer bestimmt. Ich lass mich gerade lebendig begraben. Hab's mir schlimmer vorgestellt. Hallo? Wo schickt man einen Typ hin, der schon alles gemacht hat? In ein Escape Room Abenteuer auf Moskauer Art. Das hab ich schon tausendmal gemacht. Kein wie diesen. Zu dem musst du persönlich eingeladen werden. Was ist das hier? Ist das ein Teil vom Spiel? Was hast denn du für einen geisteskranken Kumpel? Ich kenn ihn nicht mal richtig. Was? Du hast uns nach Russland zu einem Typen gebracht, den du kaum kennst. Bist du bescheuert? Es ist nur ein Spiel. Er lacht sich gerade aus, weil er mit uns spielt. Das ist kein Spiel, Mann. Was haben wir jetzt da? Keine Ahnung, aber chillt mal alle kurz. Wir sollen chillen? Wir müssen hier irgendwie raus und in Sicherheit. Nein, komm! Hört auf! Was haben die mit uns vor? Sie foltern uns. Es gibt zwei Seiten an dir. Ich weiß nur nicht, welche davon echt ist. Nein, nein, nein! Doch, ne! Weißt du, was Leute bereit sind zu zahlen, um Leute wie dich zerstückelt zu sehen? Tut mir leid. Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Das war ne echt schräge Nacht. ARD Text im Auftrag von Funk